So, da sind wir gerade zurück. Wir sind immer noch mitten dabei, den Baum zu fällen. Da wir ganz bestimmte Materialien brauchen, um Seil herzustellen. Und zwar Blätter, so wie das Treebark, die Baumrinde. Wir brauchen sechs Seile. Sechs Treebark pro Seil. Da kommt schon was auf uns zu, was wir hier brauchen. Das kann man erstmal liegen lassen. So, der nächste Baum. Ja, ich frage mich, warum die Wahrscheinlichkeit so niedrig ist, Rinde zu kriegen, wenn der ganze Baum aus Rinde besteht. Meine Güte. Wenn das nichts wird, dann wird es nichts. Dann müssen wir uns anderweitig kümmern, indem wir das Banditenlager einnehmen. Ja, der fällt da lang. Ja, wie viel haben wir? Fünf. Läuft nicht. Das ist nicht gut. Äh, jetzt habe ich so viel Holz im Inventar, ich weiß gar nicht. Wohin damit? Hier einmal bei Essen rein. Auch hier können wir auch noch ein bisschen Holz verstauen. Es läuft schon. Da können wir auch noch was verstauen. Ich muss eindeutig die Regale da hinten, die Schränke fertig kriegen. Hier haben wir auch noch Platz. Aber irgendwo haben wir doch noch eins, dass ich wenigstens das Drying Rack machen kann. Hier haben wir eins. Sehr schön. Äh, Seil. Hersteller. Ich hoffe, man kann das Fleisch da trocknen. So, und warum? Ich habe es kaputt gemacht. Äh, das braucht zwei Seile. Ernsthaft? Das braucht eins. Fertig. So, dann würde ich vorschlagen, wir nehmen uns einmal Material mit. Entschuldige mich ganz kurz für diese Kurzunterbrechung, aber meine Ex ist reingekommen. Ja, mehr brauche ich ja dazu nicht sagen. So, dat werden wir mitnehmen. Das hier nehmen wir mit. Gut. Äh, wir nehmen mal eine Granate mit. Und wir brauchen Munition. Ganz dringend. Äh, wir rennen mal hier hinter in die Richtung. Und der war man auch nicht, bevor wir zu den Banditen gehen. Denn wir brauchen ja noch einen Reifen und eine Batterie. Ja, irgendwo werden wir schon was finden. Ich möchte unbedingt das Auto fertig haben. Mal ein bisschen rumfahren. Möchte man nur hoffen, dass jetzt gerade kein Nebel auftaucht. Denn sonst sind wir am Arsch. So, was haben wir da oben. Aber da kann man bestimmt was looten. Dort waren wir schon drin. Da ist die Tür auf. Okay, ein Totenkopf. Da ist eine offene Tür. Oh Gott, fahren wir hier schon? Ne, hier gibt's Essen. Ähm, nach da hinten möchte ich ungern rein. Ich möchte gerne in der Nähe der Straße bleiben. Man weiß ja nie, was hier noch auftaucht. Was? Ah, das ist irgend so ein... Oh. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Waren wir hier schon? Die Tür... Ich weiß es nicht. Waren wir hier schon? Ne, hier ist noch ein Reifen. Hier waren wir noch. Ne. Aber ich höre sie schon. Oh lol, noch ein Motor. Nehmen wir doch dankend an. Äh, dahinter ist nichts versteckt. Gut, dann lassen wir das mal auf. Uah. Komm. Hau doch ab, ey. Ich hab keine Schisswache, du Arsch. Leck. Das Auto ist leer. Gut, wir gucken mal, wie viele hier drin sind. Gibt's hier noch einen Hintereingang? Da ist einer. Ach du Scheiße. Drei Stück, geil. Ne, mit denen lege ich mich nicht an. Da brauche ich definitiv eine Schusswaffe. Äh, die Straße war da unten. Oh. Wie weit geht denn das hier hinten noch? Uuuuh. Holy. Das ist... Ja. Was haben wir hier? Baum und Steine. Schön. Äh, die Straße war in die Richtung. Da ist sie. Äh, gut. Ich dachte, hier fällt man runter. So, wo geht das hier noch lang, bitteschön. Oh, was hat das... Oh, 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 oh. Was ist das denn? Da steht Militär... Militär-Truck. Aufpassen, dass hier keiner auftaucht. Das wäre jetzt, äh, verhängnisvoll. Und... Uuuuh. Ach du Scheiße, da sind Zäune drum. Oh, nee. Hoffentlich sind hier keine. Das ist... Es gibt wieder guten Loot. Benzin, schnell abzappeln hier. Äh, da. Wie viel passt denn so ein Kanister rein? Ich weiß das gar nicht. Es gibt hier Komponenten. Brauchen wir immer. Der hat gar nichts drin. Der hat noch ein paar Liter... Ich möchte hier halt gerne... Da hoch... Oh, oh, das ist eingezäunt. Aber hier... Oh, Militär-Trucks. Die reizen mich ja so. Vor allem, wenn die hier irgendwas haben. Er riskiert es jetzt einfach mal. Da ist ein Reifen. Da ist ein Reifen und hier ist keine Sau. Läuft. Dann werden wir uns gleich mal umschauen. Äh, hier gibt's nichts weiter. Gab's auf dem was? Nein. Da steht ein Schrank. Ich brauch unbedingt Munition. Komponenten nehme ich gerne immer an mich. Äh, ernsthaft. Genau die Munition, die ich nicht brauche. Oh, was haben wir hier hinten? Nichts weiter. Okay. Achso, eine Lampe wäre auch nicht schlecht. Was ist das? Ach, komm, lass mich hier. Und das wieder ein Haus? Gibt's hier was? Ne... Ne Kiste? Ja, Kornseeds. Das ist gut. Neun Millimeter. Riffle-Armour. Ganz kurz nachladen. Auch wenn's nur ein Schuss ist. Auch wenn es nur ein Schuss ist. Aber einer ist besser als keiner. Ja, hier haben wir gleich noch mehr. Hier ist noch ein Zelt. Oh. Kommt, hier muss guter Loot sein. Stopp. Ach, kommt schon, ey. Äh. Lot of all. Da ist was zu essen. Da ist sowas. Das... Das können wir alles mitnehmen. Äh... Ja. Das Dumme ist, ich hab nichts zu trinken dabei. Das ist nicht gut. Meine Achse ist fast broke. Dann tauschen wir die hier aus. Und dann können wir das hier mitnehmen. Und den Riegel lassen wir erstmal liegen. Was haben wir hier? Ne Machete. Machen wir das so. Lass mal den Stoff halt hier. Cool. Schon wieder essen. Das kann ich noch nicht mitnehmen. Äh. Da liegt nur Stoff. Mh. Da ist Stoff. Die kann ich nicht mitnehmen. Das ist schade. Das Essen kann ich auch nicht mitnehmen. Den Reifen brauchen wir nicht. Den Reifen brauchen wir nicht. Wir haben nur den letzten. Und das war's. Ja, jetzt brauchen wir nur noch eine Autobatterie. Und wenn wir die haben, sind wir gerüstet. So, jetzt bin ich gespannt, ob hier mehr als 20 Liter reinpassen. Das ist ein 20 Liter. Das ist ein 20 Liter. Äh. 20 Liter Kanister. Okay. Ähm. Das sieht halt recht gefährlich hier hinten aus. Wir gehen zurück. Inventar. Ja. Gut. Hier haben wir dann noch einen Autoreifen. den wir uns später holen können. Ja. Da rennen wir jetzt ganz schnell zurück zur Base. Wie viel Schuss habe ich jetzt dafür? Fünf. Das reicht nicht aus. Außer ich verpasse den Zombies jetzt da drin jeden in einen Headshot. Und die fallen sofort um. Ich glaube aber nicht, dass ich das so gut hinbekomme. Ohne Aufsatz mit, äh, Scope. Also sprich hier mit, äh, Pumpaufsatz. Visier. Hm. Hm. Hier geht's hoch. Wenn man hier so zubaut, dürften die hier gar nicht hochkommen. Oh. Oh. Der Egg hat wunderbare Ideen, aber umzusetzen ist das Schwierige im Singleplayer. Ich hoffe, die fügen bald den Multiplayer ein. Ich schwöre mit Osch zusammen zoggen. Äh, das weiße Haus war dort. Oh, dann sind wir ja gleich da. Äh, so, jetzt, ja. Wir wollten mal zu dem Haus gehen. So, ich habe jetzt die Machete. Hm, das wäre... ...eigentlich eine gute Idee. So, verlassen wir uns erst mal hier drauf. Da ist der Erste. Aber Stopp. Als erstes natürlich ein wunderschönes Bildchen machen. Für... Es hat geklappt. Ein wunderschönes Bildchen machen für... ...youtube. Da war der andere. Die zwei anderen... Die laufen da drin rum. Also, ich habe doch hier so ein wunderschönes Spielzeug. Oh, ich hasse... Das hasse ich so... Das hasse ich so stark. Das hasse ich so stark, wenn das anfängt zu lecken. Äh... Ich... Und es geht schon wieder los. Da. Ey, was ist denn hier los? Sage mal. Komm raus, du Arschloch. E-Krib. Ja. Es tut mir leid. Ich kann es nicht äh... Äh... Ändern. Und es ist halt noch einer drin. Schön. Äh... Mich irgendwo verletzt. Nein. Ja, ich brauche trinken. Ich muss nach Hause. So, ich werde jetzt nach Hause rennen und werde hier aber auch die Folge wenden. Den Weg müsst ihr euch nicht mit antun. Äh... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr was habt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Lass Kommentare da und schauen, wie wir sind zum nächsten Video. Bis dann, bleib' entspannt. Genießt den Tag. Und bye, bye. Bye. Rockstar, dance until I drop. My life is so hard. If my home is the club. My stage is the dance. Nobody never...